Moin Leute, es geht wie immer weiter in South Park zerkter Cholera Zerreißbobel. Ja, genau, Connor, du krankes Stück. Halt die Klappe, Kuhn. Wir brauchen einander, kapiert? Ich sorge für Verbrechen und du bekämpfst es. Das Franchise braucht mich. Oh, scheiße, jetzt kapier ich's. Dann tauchte der Neue auf und wollte mir das Handwerk legen. Da musste ich mir also meinen eigenen Neuen bauen. Was hast du getan, Eric? Frage, wie besiegt man einen Kuhnfreund? Indem man aus seiner DNA einen genetisch veränderten Kuhnfreund erschafft. Oh Mann, das ist ja voll klischeehaft. Was meinst du, Kuhn? Du willst ernsthaft einen Superhelden mit einem Mutantenklon aus seiner DNA besiegen? Das passiert in jedem zweiten Superheldenfilm. Ja, weil's cool ist. Es ist nicht cool. Doch, denn das ist der ultimative Gegner. Ach, halt die Klappe. Wie auch immer, ich hab leider die DNA vom Wunderarsch nicht. Deshalb musste ich einen anderen Superhelden klonen. Welchen Superhelden? Ich bin wieder da. Oh mein Gott! Kai, oh mein Gott! Was ist das? Kommt mich mal an, Kai. Ich bin eine grauenhafte G-Mutation. Keine Sorge, wir kriegen das wieder hin. Nein, die zelluläre Umstrukturierung hat mein Hirn beeinflusst. Und wenn ich euch nicht angreife, krieg ich Migräne. Macht euch bereit, Schwächlinge! Besiege den alternativen Multiversen Human-Kite, Alter. What the f- Nein, tausend! Nee, leck mich auch am Arsch. Hey, ganz ruhig, Kusam. Alles wird gut. Sorry, Kyle. Ich bin voller Mutantenwut und muss euch platt machen. Halt! Wartet mal kurz. Gibt es ein Problem, Doktor? Ah, okay. Ich will doch auch zuschauen, wenn ein gen-motierter Superheld seine winzigen Gegner einen nach dem anderen zu roter Pappe zerstammelt. Ignoriert mich! Ich will nicht. Ich will nicht zerpumpt werden. Ich will mein Leben behalten! Du hässliches... etwas, was keine Leben verliert! Er verliert keine Leben! Sterb doch! Das wird unschön. Was ist das? Sterb doch! Es misch... Bitte nicht in die Augen! Die Brille wurde mir verschrieben und es dauert ewig, eine neue zu kriegen! Tatatatata! Bin geblühen, satt. Ich misch sie jetzt auf! Kann jemand bitte in meine Falten klettern und meinen Blutfluss stoppen? Alter, nisch! Alter, nisch! Das ist zwar nur ein Kratzer, aber es juckt voll wegen meiner Allergien! Sattel! Supercrack zur Rettung! Vektoren berechnet! Angriffssequenz beginnt! Ah, bis jetzt haben wir kein Leben verloren! 210 Damage! was es ist soweit wirst du mich verarschen ja es tut mir leid ich forziere nichts wegen seiner ding wampe aber hey was seht euch mal an alter ich bin dran hey du solltest jetzt den furz einsetzen bei dem sich die erde um 180 grad ich habe die creme reicht ich habe doch faszinierend jetzt ist der ventilator kaputt es ist ekelhaft jetzt machen wir schon das ist mein pathos das mal untersuchen ok alles gut ich freu euch jetzt weiter um ok wird gestartet perfekt machen wieder kaum schaden schei se super sensoren spüren gleichgültigkeit bei super craig oh ich habe nasenbluten fast wie ein vulkan weil du kein mensch mehr bist geschlossen kommen sie später wieder ich glaube das werde ich nicht überleben ich fühle es überall was oh gott der kotz oh gott zeig keine schwäche okay nutze deine phänomenale platulenz um es wieder nacht werden zu lassen muss jetzt erst mal den zug beenden hätte ich das ist jetzt wieder schwach ich glaube ihr solltet ihn jetzt angreifen das glaube ich auch ich finde das gut die mit unsterblichen vier klästern an super dose aktivieren gar nichts machen man ich hasse diese kanone ich bin dran zwei takkos hier zwei leute für ihn na er ist dort das ist mit euch falsch ich glaube keiner ich glaube wir haben alle keinen spaß gerade gegen so ein fettes vieh okay los geht's ich hab was für dich das guckt mich doch überhaupt nicht netter versuch candy kommt immer wieder angriffsmannöver eingeleitet ich schlägt für einen haufen dosen meine lieblingssonnencreme war leider ausverkauft bringt mir das zu ende eigentlich für alle wahlspann bring es zu ende ja na mach doch ein sieg frisch serviert ein allerletzter fort hau alles raus was du hast droildern them hart nimmt nimm 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 Maximaler 1 Das war mein gesamter Arsch Ich habe ihn voll vergast Oh, oh, ich glaube, ich habe mir den Muskel gezerrt Dann sollte ich wohl lieber nicht mehr mitspielen Wunderarsch, alles okay? Der letzte Furz hat ihn vielleicht umgebracht Alter, das war ziemlich krass Ich habe noch nie so eine Dröhnung gehört Tja, ich hoffe, die Führung hat euch gefallen Vielleicht wisst ihr jetzt mehr zu schätzen, was uns Genmanipulation alles ermöglicht Ihr könnt jetzt gehen, einfach durch den Souvenirladen da Souvenirladen? Schaut euch einfach ein bisschen um, bevor ihr nach Hause geht Vielleicht habt ihr Interesse an einem Ich-Habe-Gen-Mutanten-Überlebt-T-Shirt Oder ein Foto für 13 Dollar Jede Menge Andenken an den Ausflug Lasst uns hier abhauen Was für ein Bullshit Wir müssen Cartman verpfeifen Und an wen? Weiß nicht, wie spät ist es? Es ist... Oh, scheiße Oh nein Was ist Mysterion? Wunderarsch hat so heftig gefurzt, dass es nächste Woche ist Was? Schaut auf eure Handys, es ist zehn Tage später Oh toll, Wunderarsch hat uns eine Woche vorgefurzt Scheiße, wir sind am Arsch Na großartig Cartman wird heute als Bürgermeister vereidigt und das ist nur die Schuld von Wunderarsch Los Leute, wir müssen ihn aufhalten Das kann ich dir nicht zulassen ich versuch hinzukommen ich kann nix versprechen da anzukommen die sind alle freedom pills oh mein gott oh mein gott er hat gewonnen ich glaube ich hab zu viel gefunden ein kurs steil nicht mein fall hab ich jetzt verloren oder wie die ganze zeit dieselbe frage was wurde das ist meine große herausforderung die last auf meinen schultern ich muss den leuten helfen uns zu verstehen weißt du was ich damit meine einfach eine hand als bürgermeister kann ich nicht dulden hier hier in southpac gilt die normale recht und ordnung nichts mehr mit kann er ist bürgermeister der kämpfe den laden um der selbstjustizler verdirbt an den spaß am vollzug das ganze rathaus ist eine einzige festung wie kann karpman das machen er kann machen was er will er ist bürgermeister seht am finster kriegt euch leute ich werde total viele gesetze erlassen und euch total in den arsch bitten oh nein vorbei das war's aber das darf's nicht gewesen sein das war's kyle dank wunderarsch ist karpman bürgermeister und keiner kann uns mehr retten nachdem das ist bestimmt morgen frei es gab eine zeit verschiebung sanomalie ich vermute sie kam aus deinem arsch zum tako laden wir müssen das beheben ich habe gehört naja eigentlich nur ich, aber hey! Asservatenkammerparty, wenn der Selbstjustizle einsetzt! Richtig gut, ne? Das haben wir verloren, alter! Das kann ich nicht auf mich setzen, lass du sie jetzt! Es kam mir mal nicht, alter! Werf mal erwachsen! Halt's Maul! Ich hab den Superfortz! Ich hab Superkräfte, die euch... Das hört sich nicht gut an! Ich hab das Spiel fast durch! Geh doch aufs Klo! Schlimmer als... oh mein Gott! Das ist super eklig! Au! Ich vergase dich! Iiiiih! Hashtag Ekelpaket? Okay! Okay, Wunderarsch ist da! Morgen Freeman hilft uns Kampel aufzuhalten! Wir sollten ihn jetzt noch aufhalten, er ist schon gewählt worden! Wunderarsch ist schuld! Er hat uns durch die Zeit gefurzt! Oh ja? Deine Fürze beschleunigen irgendwie die Zeit! Wir müssen irgendwie... zurückgehen! Und verhindern, dass Mitch Connor an die Macht kommt! Das... ist der siebenschichtige Kesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme! Das letzte Mal, als denn jemand gegessen hat! Furzte er so, dass sich ein Wurmloch bildete, durch das er in der Zeit reisen konnte! So! Ich muss dich warnen, Freund! Sobald du den siebenschichtigen Kesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme isst, gibt es kein Zurück mehr! Sieh zu, dass du alles hast, was du brauchst, bevor du reinbeißt! Hast du verstanden? Du bist also bereit für den siebenschichtigen Kesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme? Hab heute neues Zeug! Kauf es, solange es heiß ist, dann kannst du es später kalt essen! Das bringt eine Winde in Ballung! Das bringt eine Winde in Karate! Das bringt die Winde in Ballung! Das bringt eine Winde in Ballung! Das macht nichts! Denn der Winde ist ein Wurmhalter! Und ein Böden in Ballung! Das macht ein Wurmhalter! Die Winde zu trinken, aber die Winde istρηgten! Die Winde zu entdecken! Das war's. Das war's. Danke sehr. Adios und bis dann. Du bist also bereit für den siebenschichtigen Cesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme? Jetzt musst du dich in die Zeit zurückfurzen, als Mitch Connor noch nicht im Amt war. Du schaffst das. Du musst nur fest an dich glauben. Du scheiße! Oh ja, es funktioniert nicht. Glaubst du auch wirklich an dich? Oh nein, du hast nicht an dich geglaubt! Du hast nicht an dich geglaubt! Au! Oh jetzt? Hallo? Ist hier jemand drin? Hallo? 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 Frühlinge Weihnachten allerseits? Es ist Weihnachten. Saufen wir uns zu! Was zur Hölle? Zu spät. Wir sind in der Zukunft gelandet. Jetzt ist Cartman schon im Amt. Bring uns zurück! Bevor das alles passiert ist! Das klappt nicht! Vielleicht hat er sich den Arsch aufgerissen! Das wäre rektakulär! Scheiße! Tools hat recht. Er muss nicht zu einem Arzt! Vorsicht, Wunderarsch! South Park ist echt unheimlich an Weihnachten! Oh nein! Oh nein! Ich bin sowas von am Arsch! Ich fühle mich, als wäre das ganze Jahr Weihnachten gewesen! Was tun die in diesen Drinks? Mr. Mackie, da ist Katzenpisse drin! Hören Sie auf zu trinken! Oh, aber es ist Weihnachten, Jungs! Okay, da ist doch gegen einen kleinen Schluck nichts einzug... Oh Gott, die schon wieder! Keine Angst, Leute! Wir sind nur hier zur Feier der Ankunft unseres Herrn! Oh, nee! Oh, Weihnachten für euch allen! Was? Hey, dann wird's Justiz, seid ihr die Bürgermeisterin meinte! Bringen wir ihn um, dann gewinnen wir was! Yeah! Was seid ihr für Viecher? Kampfmodus aktiviert! Werden wir es? Nein! Nein! Das lasse ich nicht zu! Ah, meine Ah! Die verlieren super, will ich leben! Nein! Wir loben die Star-Tan! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, diese Feindbewohner können wir nicht besiegen! Die killen uns! Es ist aus! Sekunde mal! Es ist Weihnachten! Ich weiß, wer uns helfen kann! Wunderarsch! Du musst zu Jesus beten! Jesus? Ja, ja, natürlich! Du musst fest an Christus glauben, verstehst du? Bete zu Jesus, Wunderarsch! Das ist unsere einzige Hoffnung! beten ich bete jesus ich dreckes jesus ich gehe auch nicht jetzt satanische wesen satanische wesen oh gott da kommt jesus da kommt jesus oder der weihnachtsmann ok welches arschloch hat santa vom himmel runtergerufen jetzt sind meine rentiere tot hohoho ja santa mal der weihnachtsmann der weihnachtsmann ja fressen wir sein fleisch heil satan oh ihr beschissenen waldbewohner wieder santa prügelt die scheiße aus euch kämpfe oh mist wir hatten nicht erwartet dass der weihnachtsmann auftaucht was sollen wir jetzt tun wir haben ein kleines problemchen sei nicht traurig baby ich kann mich selbst opfern hurra santa reißt dir den arsch kreuzweiß auf oh so mit dem basebeschläger santa ist krass und ich bin auch krass ich pausiere euch ihr hässigen kack huren söhne ich hole den wer ein rein oh mehr los gehts komm schon ich mach noch 84 schaden wie immer aber ich bin das tat weh das tut aus self weh hier wird geprügelt prügel mich mit ihm nein nein es ist nicht ich habe gerade brennschaden bekommen niemand kein heil satan hallo kein heil satan habe ich habe ich gesagt kein heil satan ist doch auch heil satan scheiß alter ich ich dachte ich werde erledigt hier kommt mysterium ha es ist schon zeit ihr fieslinge also los ich habe genug vor dem kack netter trick das ist der lebt mich alle trick ah ich brenne super dose hält alles frisch so sagt man für schmerz tot und schmerz warten ha es ist so toll wenn wir alle zusammen halten ha rohe weihnachten arschloch ho 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 hier kommt waschbärli das gibt garantiert eine nahe oh man zeit ist ein feuer regnet am ende gewinnt immer der arsch heil satan ich bin dran kenne kenne zauber hast du da her schieb danke freunde ups ich kann nix machen weihnachtsmann los gehts kenne kenne wir brauchen dich hier hinten kenne wir brauchen dich hier hinten kenne 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 kur kenne kenne w kenne 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 Jetzt komme ich! Los, Glossy! Wahrscheinlich einer ist tot. Ja, einer ist tot. Ich bin dran, wenn ich dir das nächste Mal den Ticker zeigen will. Okay, wir haben ihn wiederbelebt. Ich bin dran! Erzähl ihn jetzt schon. Fickbär! Fickbär! Na komm! Nicht dein Ernst, Sherlock! Ich darf das nicht zulassen! Scheißbär! Arschloch! Fick dich! Wunder, Arsch, leist normaler Arsch auf! Mal sehen, ob deine Milch schön weißig ist! Nein! Nicht Center! Center! Ich will meine Dunkel nicht, Baby! Freit den dunklen Pfiff! Schluck Lebensenergie, Kuppel! Wuhu, bitte das weg! Danke, Baby! Die haben mich richtig vergewaltigt! Wuuuutdafuck! Wuuuutdafuck! Gerdiii! Wo will er... Was... Sag mal, was träumt er? Wenn er in den Himmel geht? Was stinkt er sich? Recht bewahren, unschuldige Schützen! Tupper-Tornado! Schön aus den Hüftmotoren raus! Gerdiii! Gerdiii! Gerdii! 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 Schlag ist schon mal nicht auf der Seite? Ja, da ist er. Mehr da ist sie, nicht der. Gerdii! 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 Mein Gott! Viecher sind psychisch gestört! Huuh! 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 Nein, er brennt immer noch! Oh! Hattig! Hau rein, Neuer! Ja! Wo kommst er? Huuh! Meine Güte! Du bist die Nächste! Bin ich schon am Zug? Okay! Scheiß, Viecher! So zerbrechlich ist das Leben! Wer ist hier gebrechlich, Pibbel? Warum immer Gerdii? Was? Was ich tue, tue ich für dich, Satan! Wenn Kinder töten falsch ist, möchte ich nicht recht haben! Was? Ey, ihr vergewaltigt hier gerade kleine Kinder! Zeit für die Topperparty! Nimm das! Fuck! Ich erkläre meine Umgebung zum Katastrophengebiet! Warum so schnell? Ich glaube ich brauche mal hier vorne Hilfe! Ich glaube ich brauche mal hier vorne Hilfe! Ich brauche in Frieden, Mensch! Komm wieder! Und wieder da! Ey, Fickbärt! Braucht jemand eine Faust in die Fresse? Okay! Das macht heftig Schaden! Aber warum ist die Old von den beiden so stark? Jetzt ist es! Ich versuche deine Kraft zu mir! Mach der Schwulen! Das ist der schlimmste Streichel zu der Welt! Was in der Hölle Kinder? Ich hoffe ihr Kinder seid nicht zart beseitigt! Gleich wird's heftig! Mann, halt doch die Schnauze! Rein hier! Das ist doch nicht mehr möglich! Ich muss ihn jetzt mal hier weg! Token, du bist dran! Zielsysteme online! Super frische! Okay, ich mach ja! Du musst den Stinkefinger raus zeigen! Ein verdammter Zugmann! Räuberk Hams! Kinder sind so grausam! Ist das nicht süß? Warm und gemütlich! Das blut brauche ich noch! Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, das wird Satan dir übel nehmen. Oh, Mensch, ich... Fegt gerade auf. Gern nicht. Und der Arsch gibt buchstäblich Gas. Ja, heiß und knusprig. Oh, geil. Beende es, Kenny. Jetzt bin ich dran. Neutralisiere! Na hoch, zu Kenny. Damit er ja nicht mehr abhauen kann. Pack mir den zu Weihnachtsmann auch nach oben. Serso! Oh, no! Ah! Scheiße. Na ja doch. Verblick's noch mal. Ich lass es jetzt krachen. Oh, Schattenkleister. Ich bring's zu Ende mit dir. Komm her. Ne, ich denk mal. Kleid darf, er darf sich rächen. Superquake darf sich rächen. Danke, oder so. Bitte Quake, rächt dich gegen diese Höhenviecher, Alter. Tut mir nicht leid, was jetzt kommt. Megafaustenklag! Ruhe in Frieden in der Hölle, Kumpel! Hast du schon mal einen Fuchs mit echten Ledern gesehen? Ziel erfasst! Er ist der Supercrain! Nein! Hast du schon mal in die Fresse, Cassie? Muss Center retten. Das ist das erste Mal seit lang, dass ich mit einem krassen kämpfen darf. Eine Legende aus South Park. Der Furz hatte es doch richtig in sich. Führe Gefechtsprotokolle aus! Ne, seine Old ist scheiße. Den Old komme ich ja nicht ran. Den beiden komme ich auch nicht ran. Au! Au! Oh, 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 oh! Shit! Hier kommt Topperdose! Wir brauchen dich! Ich bin aus dem Fuß. Das ist die Kraftgatter. Supercrain, Einsatz bereit! Ne. Uns haben wir schon so oft gesehen. Jetzt reicht's. Das nenne ich mal Vakuumversieg End! Danke für die Hilfe, Center! Keine Ursache, Kinder! Aber was läuft hier eigentlich für ne verpickte Scheiße! Tut uns leid, wir versuchen in der Zeit zurückzureisen, aber Wunderarsch hat ein eingerissenes Arschloch, also muss er in die Abtreibungsklinik! Ah, verstehe! Okay, dann lass mal deinen Arsch zusammenflicken! Mit den besoffenen Flachwichsern wird Center schon fertig! Zur Abtreibungsklinik! Center! Tina! Tina, es tut mir leid! Was ist mit Sauferquatsch gelaufen? Hey, weg da Kinder! Wir haben viele Abtreibungen heute! Es ist Weihnachten! Wir brauchen dringend einen Arzt für seinen Arsch! Lass mich raten, weil sein Arsch ein Loch hat! Nein! Bitte, Sie müssen uns zuhören! Das hier sollte alles gar nicht passieren! Wir müssen ihn aufhalten! Und wir wissen wie! Mitch Connor? Der Wichser ist daran schuld, dass diese Stadt heute so ein Drecksloch ist! Wir können das wieder ändern! Bitte, untersuchen Sie nur seinen Arsch! Ja, er ist tatsächlich gerissen! Können Sie's flicken? Ich hab' ihn geschient und den Schließmuskel mit einer kleinen Schlinge entlastet! Versuch's neuer! Bring uns zurück! Du kriegst das hin! Heilige Scheiße! Du schaffst das, wunde Arsch! Schätzchen! Deine Freunde sind hier und sie wollen mit dir spielen! Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat! Wir sind hier untergetaucht! Da machen neue Freunde nur Probleme! Du bist ja paranoid! Hör auf mit dem Scheißzeug! Es verändert dich! Oh, dieses Scheißzeug ist aber das einzige, was das unerträgliche Scheiß-Dasein mit dir erträglich macht! Oh, hallo mein Schatz! Ich hab' dich gar nicht gesehen! Äh, deine Freunde sind unten, Spätzchen! Los, geh' spielen! Ich hab' dich gar nicht gesehen! Ja... Ich weine nicht. Ich lache. Lass mich, Schatz. Mami muss jetzt weinen. Ja, gut. Ja, gut. Na gut. Ja, haut ab, ihr blödjahre. Kein Scheiß, ich bin's, Craig. Fick dich, ich bin Craig. Dafür ist keine Zeit. Aus dem Weg, wir müssen zu Cartman. Dann müsst ihr erst an uns vorbei. Und zu unserem König. Ja, das sind ja einfach legit alle. Geil, jetzt heißt es gegenseitig, die Fresse polieren. Ich bin somit immer noch overpowered irgendwie gefühlt. Oh, immer. Hier kann ich auch noch wissen, was ist. Ah. Na gut. Besser geht's nicht. Korften. Ich kann Sachen wieder korften. Schlecht. Kartman, ist das Böse. Ich würde mal sagen, wir machen noch zwei, drei davon. Einmal jetzt mal ins Gegenstand. Roladen-Erinito. Mhm. Taco Supreme, Alter. Jetzt will ich mich verarschen. Taco- Äh, Quanto. Taco- Taco- Grande. Taco- Taco- Grande. Taco- 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 Gegengift. Besser geht's nicht. Ganz ehrlich, besser geht's, warum würde ich nicht. Boah, 30. Also, wenn ich jetzt so schätzen würde, hätte ich jetzt genug. Sag ich aber, nein, ich bin Jason, der Gamer. Nein. Ich hab noch nicht genug. So verstörend. Oder soll ich mit dem? Ja, komm. Ich hab doch mit dem. Bei unserem König kommt hier nicht vorbei. Ihr Fantasy-Loser habt keine Chance. Mal gucken, greift er an? Oder? Vorwärts! Okay. Mal pausieren. König! Ach, es gibt schlimmere Gerüche. Du bist dran, Neuer. Ich zerschmetter sie für dich, König. Oh, Scheibenkleister, komm zurück, König. Das König, stärkster Krieger, wird mit diesen Spinnern fertig. Leid. Leid, ich brauche sie. Ich bin der König. Für den König. Heil dem König. Ich lass mit dir auf. Ich. Kannst du auf mich zählen. Diese Affen haben keine Chance gegen unsere Technologie. Los geht's, Neuer! Oh, nein. Ich gab mir ein bisschen Blut. Meine Batterien sind fast leer. Wir müssen uns bald besiegen. Ich muss nur ein Kleid besiegen. Scheiß auf die anderen. Ich muss nur ein kleines Schaden machen, die jetzt auch wieder nicht. Vielleicht bei Kleid. Oh je, Kleid! Angriffsmanöver eingeleitet. Super Tornado, Warnung. Das ist eine Aufgabe für den lustigen Schurken des Königs. Allein wirst du nicht lange gegen uns alle durchhalten, Vergangenheit. Du bist töricht, wenn du das glaubst, Craig. Bun-Chin no Jutsu! Ist das dein Ernst? Das ist so lame. Dann muss ich wohl gegen das Arschloch ran. Ich helf dir, Craig! Okay, ich bin dann das dritte Rad. Zeig ihnen, was du drauf hast! Ich bin dran. Einfach nee. Hallo, mach doch. Was ist denn noch? Ich hau kurz dem richtigen eine rein. Von der Arsch gibt buchstäblich Gas. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Ah, es sind alle da! Zwei Mal sogar! Das sind definitiv zu viele von uns! Hier, blitzig einen! Das hat sich falsch angegött. Ich hab euch alle aufgeladen! Blitzfreak schischt los! Groß die Leidenschaft! Du bist schwul! Gewonnen! Hochjugendelf, alter! Nein! Ich bin der Overporte, ne? Hier kommt dein Tod! Los! Wir sollten dann zusammentun! Mysterion arbeitet allein! Aber wir arbeiten doch jetzt schon irgendwie zusammen! Mysterion arbeitet allein! Na gut, okay! Brutal! Das wird ganz bestimmt nicht sein Tag! Diese Kampfregeln sind äußerst unkonventionell! Naja, eure JRPG-Regeln sind immer hoch! Scheiße, wieso muss der so weit kommen? Aggressor neutralisiert! Verzeih meinen König, ich habe versagt! Oh Mann! Das packe ich schon! Wir kämpfen an deiner Seite, mein Herr! Oh, hey! Ah! Wir sind zurück! Oh, ne! Siege da vor dem König! Siege den König! Ich muss mich selbst besiegen! Wie seid ihr überhaupt hier gelandet? Und der Arsch hat super hart gefurzt und ein Loch in die Armzeit gerissen! Wow! Was mir scheuerteres ist euch nicht eingefallen? Oh! Ow! Ich sehe nichts! Das wird unschön! Dann nimmst ihr ihn vor! Na! Alter, du hast echt mal null Angst vorm Tod! Der Tod sollte Angst vorm hier haben! Nimm das! Bla, bla, bla! Deswegen haben wir auch super quack im Team! Ah, ja, ja! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ich verlasse mich auf dich! Sehr gut, Wunderarsch! Aua! Aua! Ah, ja! Ah, ja! Hey! Lass mich in Ruhe! Keine Panic-Tweak! Unsere Laser-Augen! Gibt es die irgendwie mit Bio-Energie-Betrieben? Schnauze jetzt! Ja, so! Oh, krass! Hey! Der Stab der Wahrheit ist übrigens nur ein blöder Stock! Nimm das zurück! Du bist nur sauer, weil es stimmt! Die Kraft ist gut, gerade! Du bist nur sauer! Du bist nur sauer, ich kannst. Ah! Du bist nur in der Natur! Du bist nur sauer! Ein weiterer ob man einen anderen auf der Welt führt! Wie weit aus der Zukunft kommt ihr? Oh, viele, viele Tage! Vektoren berechnet! Angriffssequenz beginnt! Ich bin toll, braucht's Klai... äh, Quake meint sich nicht Klai. Bisschen Hilfe, aua. Wir müssen den König schützen! Ich bin mehr heiler als Kämpferleute, obwohl ich beides kann! Mikroaggression! Schlag ihn! Dämonenkinder wachsen doch nicht auf Bäumen! Hier können wir wenigstens die wahre kraftvollen Dings sehen. Ich brauche ein Schubuttelpaar, Frito. Frito! Ich bin drin! Okay! Nein, bist du nicht! Ich fotze jetzt das Reih-Zeit-Raum-Kontinuum. Kaputt! Oder fest! Das ist mein Schubuttelpaar! Der Schubuttelpaar! Das ist mein Schubuttelpaar! Seidens Sicherheit! Das ist mein Schubuttelpaar! Ich kann kein Schubuttelpaar. Die Schubuttelpaar! Die Schubuttelpaar! Der Mann ist ein Schicksal, der Mann ist ein Schicksal, der Mann ist ein Schicksal. Sehr gut, Wunderarsch! Auw. Ima da jo! Kimi no tkara o boku ni tjouadai! Ah!